Musik Im Herzen von Köln, in Sichtweite des Doms, wird zurzeit eine Schule vergrößert. Es entsteht ein neues Gebäude. Es erweitert das Gymnasium Königin Luise Schule. Das Besondere an diesem Projekt? Die Planung aus der 3D-Welt ist jederzeit eng verzahnt mit der gebauten Realität. Die Stadt Köln ist Bauherr und Auftraggeber des Projekts. Dabei hat sie schon bei der Konzeption die Big Open BIM-Arbeitsweise vorgesehen. Nesseler Bau setzt diese Vorgabe als Generalunternehmer konsequent in Planung und Ausführung um. Alle beteiligten Fachdisziplinen – Architektur, Tragwerk, technische Gewerke – arbeiten in separaten Fachmodellen. Das Besondere bei diesem Projekt ist, dass fünf unterschiedliche Autorentools für die Modellierung genutzt werden. Das BIM-Management von Nesseler führt diese 3D-Modelle zu einem Koordinationsmodell zusammen. Es stellt sicher, dass alle Anforderungen des Bauherrn eingehalten werden. Die geometrische Detaillierung der Fachmodelle entwickelt sich dadurch bis auf das Niveau einer Ausführungsplanung. Die mit der Geometrie verknüpften Informationen entwickeln sich darüber hinaus bis zum Projektende auf einen S-Build-Stand. Zusätzlich zu dieser modellbasierten Planung formuliert der Bauherr eine weitere Aufgabe. Deren Lösung soll das zentrale Erfolgskriterium des Projektes sein, und zwar Erstens müssen alle wartungsrelevanten Bauteile im S-Build-Modell dokumentiert werden. Zweitens sind sie in das Facility-Management-System des Bauherren zu überführen. Und drittens ist eine datentechnische Verbindung zwischen den Daten im FM-System und der gebauten Realität zu schaffen. Der Bauherr schreibt den CAFM-Connect-Katalog zur Erfassung der Bauteile vor, sodass der Datenaustausch auch im IFC-XML-Format erfolgen kann. Ein Barcode identifiziert alle wartungsrelevanten Bauteile und Anlagenkomponenten. Diese Information muss in allen Systemen synchronisiert werden. Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln wird später online über ein entsprechendes Lesegerät die Verbindung zu ihrem CAFM-Portal herstellen. Im ersten Schritt stimmten sich BIM-Management und Bauherr darüber ab, welche Bauteile Barcodes erhalten und wo diese am Bauteil angebracht werden. Im nächsten Schritt wurde ein Prozess zur Dokumentation der Barcode-IDs entwickelt. Hierzu ergaben sich zwei Ansätze. Entweder wird erstens die Bauteil-ID in der Planungsphase mit dem Bauteil verknüpft, oder aber zweitens die Verknüpfung findet erst bei Umsetzung auf der Baustelle statt. Für den ersten Ansatz spricht, dass die Modellbearbeitung für den Planer nach Leistungsphase 5 abgeschlossen ist. Das Baustellenteam warf allerdings ein, dass dies unter den rauen Bedingungen auf der Baustelle extrem fehleranfällig ist. Man müsste vor Ort noch sehr viel koordinieren, um Fehler bei der Platzierung der Barcodes zu vermeiden. Daher hat sich das BIM-Management und das Team auf der Baustelle für den Ansatz 2 entschieden. Der zweite Ansatz lebt davon, dass die Baustelle vor Ort Zugriff auf die 3D-Modelldaten erhält und Aufgaben mit Bezug auf diese Modelle bearbeiten kann. Die Baustelle wird so zum zentralen Prozessbaustein. Auf Basis des Prozessbausteins und der Projektbedingungen konzipiert Nesseler Bau ein Ökosystem. Hier sind alle Softwareprodukte über IFC und BCF miteinander vernetzt. Das Konzept des Ökosystems funktioniert nur dann, wenn alle Anwendungsfälle konsequent nach BigOpenBIM-Arbeitsweise umgesetzt werden. Damit bildet die Gesamtheit des Ökosystems die Grundlage für den Erfolg der objektorientierten Dokumentation im S-Bild-Modell. Im Detail durchläuft nun jedes wartungsrelevante Bauteil eine Reihe von Prozessschritten. Nehmen wir zum Beispiel eine Brandschutztür. Nach ihrem Einbau durch die Fachfirma bringt ein Mitarbeiter einen Barcode an der definierten Stelle an. Danach scannt der Mitarbeiter den Barcode und übernimmt dadurch den Code in die zugehörige Aufgabe. Der Modellierer im Planungsbüro erhält diese Aufgabe auf der Basis von BCF-Daten und übernimmt dann die ID des Barcodes in sein 3D-Modell. Das ist die Grundlage für die Stadt Köln, die Daten in ihr System zu übernehmen. Mithilfe des CAFM Connect Editors oder der IFC-Modelle kann dabei die vollständige Objektdokumentation einschließlich der Barcode-IDs transportiert werden. Beim Projekt Königin-Luise-Schule zeigt sich, dass eine Verbindung zwischen Planungsdaten und der gebauten Realität möglich ist. Die Baustelle rückt dadurch in den Mittelpunkt aller Datenflüsse. Auf Grundlage dieser Verbindung kann der Bauherr seine Liegenschaften digitalisieren. Koordinierte Datenflüsse vermeiden doppelte Datenhaltung und Datenverluste. Das Projekt zeigt in besonderem Maße, dass durch IFC und BCF Unternehmen sehr einfach in die BIM-Arbeitsweise integriert werden können, unabhängig von der verwendeten Software. Gleichzeitig garantieren die offenen Formate eine Langlebigkeit der Gebäudedaten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017